Eine alte Weise aus Island soll sich stammen von den Skalagrimson. Und der Skalagrimson, ja, er war der Sohn eines der ersten Island-Sieglers und er soll mit sieben Jahren im Spiel einen Spielgefährten erschlagen haben. Und sein Vater war darüber nicht sehr erfreut. Der alte Skalagrim, Glatzengrimmig auch genannt, ein bisschen so wie ich, auch nicht ganz. Nein, er war sehr erbost und sie haben sich gegenseitig die Köpfe eingehauen, die Eltern. Aber seine Mutter sagte, mein Junge, du wirst mal ein richtiger Wikinger, Seefahrer. Und weil der Skalagrimson seine Mutter liebte, hat er diese Zeilen wohl gedichtet. Meine Mutter sprach, das war mir Pirscha. Ein Schiff mit gutem Wut, ganze Wut zu fernen Wut, auf rechtern Wut steh' ich. Führe Pechgesratt im Schiff mit stetem Kurs zum Hafen, um Feinde zu erschlagen, viele Feinde schlagen. Das war die Schiff mit stetem Kurs. Musik 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 My mother told me Someday I will buy Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020